Ich hoffe, sie normal zu baden. Bitte. Nein! Was tust du? Dieses Spiel ist manchmal so buggy. Dann bade sie eben normal. Boah, dann will ich dem Kind einmal was gönnen und es geht nicht. Das ist doch schade. Das ist doch schade. Oh, bitte. Oh, bitte. Er sollte sie nicht duschen gehen. Ach nee, weißt du was? Du gönnst dir jetzt mal was. So ein Schaumbad. So. Alles klar, was Aufgaben fertig. Nein! Plombs. Plombs. Dass Kinder so viel selber machen können. Ich meine, eigentlich ist es auch mal ganz gut, aber... Welches Kind macht das? Und aus welcher Erfahrung auch raus? Das ist ja überhaupt nicht... Das ist überhaupt nicht möglich. Gut. Ähm... Für Alex ist eigentlich gesorgt. Aber ich glaube... Aber ich glaube... Hm, warte mal. Oh. Oh, warte mal. Oh. 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 Oh, no. someday braucht das jetzt ein bisschen. So während des Badens. Na? Kann du vorbeikommen? Hm. Ja, warte. н... sortieren nur noch ganz kurz die Verhütungsmittel nach Größe und Geilheit. Alex geht jetzt baden. Alex geht jetzt baden. Lalalalalala. Oh. Oh, wie das quallend. Alter, ich würde... Ich glaube, die kocht schon. So, naja. Ähm, oh, ich möchte gerne... Ich habe jetzt schon 40 Minuten lang. Nehme ich jetzt schon auf. Das sind jetzt schon zwei Folgen und es ist nichts... ...schönes passiert. Das kann doch nicht sein, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. D, 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 d. So. Puh, ich weiß es wirklich noch nicht so ganz. So, wenn sie nach Hause kommt, ist sie sich erst was, geht dann auf Toilette, kann dann noch mal nachdenklich duschen. Und ob sie dann müde ist, das müssen wir dann gucken. Ah, sowieso. Muss sie dann... Nein. Alex, kannst du mir sagen, was du da tust? Äh, warum kann sie sie denn nicht reinlassen? Ja. Ähm. Ähm. No. Kann ich die Kuba-Koi-Ba? Hahaha, oh, Jibs! Klappete-Bainu! Vergelebt die Fahre, Yadim! Ähm, die Stereoanlage ist kaputt. Wer hat denn damit? Okay, du kannst sie zumindest reparieren. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Eifersüchtig, hm. Eifersüchtig, hm. Eifersüchtig, hm. Ah, hm. Spalane Kuza-Chuva. Yaleg Mubna! Yenabi! Oh, hm, hm. Was? Ein Outfit zeigen. Hallo? Alex? Bist du denn noch ganz... Bist du denn noch ganz... ...gescheit? ... Na gut, ich kann ja nichts anderes sagen, außer bitten zu gehen. Beziehungsweise, nein! Mädchen, stell dich da hin und rede mit ihr! Haha, ja. Haha, ha, ha. Haha, ha, ha. Ah, there he is. Haha, ha, ha. Hiya! Haha, ha, 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 ha ha, ha ha. Boah, so, Michelle verdient gar nicht so viel, hab ich das Gefühl. Man hört sie beiden richtig tratschen. Oh, gruselig. Ja, ich weiß, du bist müde, Max. Bitte? Ähm, nein. Dieses Verlangen hast du jetzt nicht zu haben. Ich bin echt sehr still, Leute, ne? Ich bin wirklich sehr still. Warte, was passiert denn, wenn ich... Ne, also, nein. Ich lasse die beiden einfach mal machen. Ich glaube, er geht heute mal nicht zur Arbeit. Und was ist jetzt mit Maddy? Ey, alter Alex, du bist so unsozial manchmal, ne? Sie kommt extra für dich hierher, ne? So unerm... Ne. Du gehst jetzt noch runter und verabschiedest dich. Also, das ist ja wohl unerhört. Oh, wie sie tratscht. Äh, wie sie... Ja, wohl eher andersrum. Oh, die arme Alex, was... Was mache ich nur mit der... Nei, ei, 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 ei. Erfügbare Urlaub, neun Tage? Ich glaube, die gönnt sich heute den Tag frei. Jetzt hat die die Dusche zerschossen. Ah, ich muss mir echt überlegen, was ich aus dieser Familie machen möchte. Ich muss mir echt überlegen, was ich aus dieser Familie machen möchte. Nimm sie das direkt mit. Okay, nimm sie. Sie nimmt es mit. Nimm sie, Hartmann. Das ist ein ganz normaler Name. Sehr verbreitet. Nimm sie, Hartmann. Mhm, mhm, mhm. Weißt du, grad geduscht und schon wieder im Dreck mühlen. Mühlen, mühlen. Mühlen ist auch schön, mühlen. So. Oh Gott, die ist doch gleich schon wieder wach. Hm. Da muss ich Max drum kümmern. Warum gibt's hier eigentlich keinen Kindergarten? Nur mal so gefragt. Hm. Mhm, mhm, mhm. Wer ist denn jetzt wach? Lilly. Aufhä- Nein. Äh. Obwohl, weißt du was? Komm, das will ich mal sehen. Weck mal deinen Papa auf. Das ist bestimmt süß. Na, guck dir das mal an. Ähm. Was, du willst ein Abo? Nee, nicht von mir. Ähm. Sie hat Hunger. Ja. Was passiert denn? Ja, wecken mal die Windel. Essen geben. Was passiert denn dann? Mhm. Okay, sie schafft es doch noch in die Schule. Heute ist es echt sehr entspannend, ne? Ach, okay. Das mit dem Essen geben funktioniert auch. Na, 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 na. Na, na, na. Na, so Spaß. Na, 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 na. Oh, sie hat frei. Michelle hat heute frei. Was hat sie denn für Bücher, dass sie... Ja, Alex, mach hin. Ja. Nix mit Max Planern. Lass das. Oh, dieses Guy. Oh, dieses Guy. Hör auf, über dich selbst zu reden. Oh, Alex, ey. Oh, dieses Spiel macht mich manchmal so fertig. Das ist unglaublich. Mhm. Komm, lass es. Ich hab keine Ahnung, wo sie das jetzt hingestellt hat. Wo ist Lilly? Wo ist Lilly? Okay, sie spielt. Oh, ich dachte schon. So, wann musst du los? Zwei Stunden. Ja, hier. Dann kannst du ja noch ein bisschen... Äh... ...programmieren. Freiberufliche Arbeit fortsetzen. Momentan ist es einfach nur... zur Arbeit gehen, sich ums Kind kümmern, zur Schule gehen, um sich selbst kümmern und Geld verdienen. Das ist so langweilig. Das ist so un... Ja, so unspannend. Oh, ich würde gerne mal was Aufregendes machen. Oh, das ist jetzt momentan so eine ganz doofe Phase. Boah. Warum kriege ich das denn nicht weg? Mhm. Programmieren. Spiel modifizieren. Wir... Nee. Ein Videospiel programmieren. Achso, nee, das ist... Oder? Kann ich denn in den letzten Tantiemenbericht nochmal schauen? Da. Apps, Digimon Go, Submission... Gott. Ähm... Ähm... Jim... Oh Gott! Cross history. Ach, dies Kinderwunsch? Ähm... Das... Ja... Ähm... Dann programmierst du jetzt mal... Ja, komm, einfach weil's mir gerade einfällt. Da muss ich's erst später benennen. Ja, kann sein, dass ich's auch erst später benennen muss. Ahem... So, sie spielt ganz, ne? Sie spielt, guck mal. So. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Aus... Outfit-Plan. Das machen wir jetzt. Wir bringen ein bisschen Leben in die Bude. Hiiii! Hiiii! In Immatic y George! Bei bums. Hhhhhhmhmhmhmhmhmé, Eh... τ 긴...